Willkommen zu einem neuen Part von Mario Galaxy 2, also Super Mario Galaxy 2, um genau zu sein. Das ist die falsche Welt. Hier waren wir im letzten Part, um noch einen Kometen zu holen, aber wir wollen hier in Welt 5 weitermachen, denn da gibt es noch einige Aufgaben. Zum Beispiel noch, glaube ich, eine zweite Aufgabe hier in der Wüsten-Map, äh, Wüsten-Galaxie, genau, um genau zu sein, die Schlingersand-Galaxie. Da sind wir im letzten Part, so eine schöne Rutsche unter die Rutsche, von der Spitze der Pyramide aus fast schon, und nun geht es weiter in der spektakulären Schlingersand-Safari. Ja, es war sehr, sehr sandig, gab auch ein paar, wen ihr verheizt, und mal gucken, was daraus wird. Ach, du Heilige. Ah, okay, 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 das Ding erinnert mich an einen Teil aus, war es Super Mario Sunshine? Ich glaube, es war Super Mario Sunshine. Schein. Luigi wird spielen? Ja gut, dann lassen wir mal Luigi auch mal den Vortritt, dann soll er ruhig mal uns ablösen, und ja, dann, let's go. Passt. Okay, gut. Suchen müssen wir ja hier an sich, oh, da hinten gibt es einen, äh, Pilz. Und ich habe das dumme Gefühl, dass wir nicht im Sand landen sollen. Ich weiß nicht, ob wir dann gleich tot sind, oder ob das einfach nur uns dann zurückbringt. Weiß ich nicht, naja, ich will es noch nicht ausprobieren, ich will es mal lieber nicht ausprobieren. Weil es kann sein, dass es so Treibsand-mäßig irgendwas ist. Sei mal hier rüber. Aber rein theoretisch, ich komme ja hier dann auch nicht weiter, also. Oder hier geht es drinnen weiter, das kann natürlich sein. Mal gucken. Hier geht es weiter, ja moin. So, aha. Kann ich da, ich kann hier rein theoretisch schieten. Ja moin, ich könnte hier schieten. Normalerweise, ich gehe aber trotzdem im normalen Weg. Normalerweise soll man hier, danke. Nein, das war doch ein bisschen... Fail, aber egal. Das ist der normale Weg, aber wie man eben gesehen hat, man kann hier auch ein bisschen abkürzen. Wenn man nicht so Lust auf das Ganze hat. Nein, schon wieder lasse ich mich hier treffen. Und dann ist man nämlich hier und dann kann man nämlich hier runter. Uhu, hier gibt es Münzen. Und zwei Röhren, einerseits da eine Röhre, andererseits da eine Röhre. Welche Röhre ist wohl richtig? Ich denke mal, die grüne Röhre wird uns weiterführen. Aber, ich gehe mal in die Orange rein. Da könnte ein Secret oder irgendwas sein. Oder hier geht es weiter. Und die Röhre geht weg? Nein! Jetzt haben wir irgendein Secret übersehen, aber was soll's, was soll's. Gehen wir mal weiter. Hier ist mich der Sternenring. Sternenring. Und nun sind wir da bei diesem komischen Teil da. Das erinnert mich wirklich an etwas aus Super Mario Sunshine. Vielleicht ist es dasselbe. Naja, nicht ganz dasselbe, aber es soll vielleicht daran angelehnt sein. Da gab's auch so einen Vogel. Das ist ja auch so ein Vogel angelehnt. Nur, dass er dieses Mal hier nicht fliegt. Oh, was? Super Mario 64? Ich glaube, das war Super Mario Sunshine. Ich glaube, das war Super Mario Sunshine. Hallo, Magie Cooper. Habe ich ja inzwischen auch gelernt. Oh, die Mann hier, das hier alles weg. Und wenn ich hier in den Sand falle, dann bin ich auf jeden Fall tot. Da bin ich mir ganz sicher. Nein, nein, nein. Und das wäre beinah passiert. Ach, du allier. Jetzt wird's ein bisschen eng. Jetzt wird's ein bisschen eng. Du weg. Okay, gut. Kommt noch was? Kommt noch was? Die Magie Cooper sind... Ich wette weg. Ah, nee, da kommt noch ein Feuer. Ding. Wunder. Puhu. Das Ding ist, wenn die die Kakteen hier berühren, sind die Plattformen auch erstmal kurz weg. Aber ein Glück nur kurz. Wir kommen ein Glück wieder. So, hier. Muss ich jetzt ganz kurz warten. Rüber hier. Ach, du allier. Das passt, das passt, das passt, das passt. Okay. Ist sie irgendwas noch verdankt? Oh nein, nein, nein. Nicht wieder so ein silberner Ding. Kettenhund. Kettenhund. Na, Kettenhund. Schaum, schaum. Und da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Ich muss einfach nur noch durchhalten. Das Ding ist, dass der ein Zielsuchsystem im Kopf installiert hat. Aber gut, wir haben es geschafft. Wunderbar. Wunderbar. Ja, folgen wir mal gleich eine neue Galaxie an. Darauf habe ich nämlich auch Bock. Es sei denn, es gibt hier noch ein Secret Star, was natürlich sein kann in der einen Röhre. Wäre möglich, gucken wir gleich mal auf der Weltenkarte. Da wird es uns ja angezeigt. Über 70 Sterne haben wir inzwischen schon. Wow. Wow. Ist schon mal ein schöner Teil. Ja, Luigi, wir wissen es. So, bis später. Und jetzt ist Mario wieder dran. Uh. Hier. Wir haben auch noch einen Gommiloma zu füttern. Wie viel will der haben? 1.500. Ah, so viel haben wir ja gerade auch. Dann füttern wir den mal. Genau. Wir füttern den mal. Allerdings, die Galaxie, die er erstellt, werden wir noch nicht gleich waren, weil das wird, glaube ich, eine kürzere Galaxie sein. Wenn wir wahrscheinlich am Ende der Welt dann so ein bisschen mal... Äh, warum kann ich jetzt nicht a-drücken? Hallo? Ah, jetzt. Jetzt geht es. Okay. Keine Ahnung, was da los war. Stimmt, ich wollte dich ja dann jetzt auch füttern. Ein paar Sternteile für dich. Ja. Hier hast du... Haben wir ja ein Glück, alles. Das ist ja auch das... Gute, dass wir auch alles immer einsammeln, was wir so finden. Von daher haben wir bei den Gommilumas bisher keine Probleme. Und man merkt ja schon, dass die immer mehr verlangen. Die nächste bestimmt 1.800, könnte ich mir so gut vorstellen. Oder schon an die 2.000 ran. Mal gucken. Ja, was ist denn das für eine Galaxie? Okay. Die sieht nicht gerade einfach aus. Aber wie gesagt, die werden wir erst später bereisen. Wir gehen jetzt zu dieser Galaxie. Und zwar die Heiß-Kalt-Galaxie. Wieder eine Galaxie, die mit... Hallo? Die mit Lava und Eis arbeitet. Launischer Prinz Picantus. Da gab es ja auch mindestens eine Galaxie in Superman-Galaxie 1, die auch mit dem Prinzip gearbeitet hat. Und die kann ich mich dann noch erinnern. Und die ist ja auch so eine Art. Genau. Zuerst sind wir auf einem Lava-Planeten? Oder wo sind wir? Ja genau, Lava. Erstmal hier lauter Lava. Uiuiui. Vorsicht, diese Plattformen versinken. Und in die Lava fallen will ich auch generell nicht. Oh, wow. Uiuiuiui. Ja, Lava-Welten sind immer relativ schwierig. Oh, wir haben die Blume hier. Warum kriege ich die Sternteile da hinten nicht? Ich nehme mal kurz die Blume mal mit. Aber ich muss dann wieder zurück auf die Plattform. Okay, hat wunderbar funktioniert. Da muss man aufpassen. Zack. Zack, immer drei Kaffeein, wenn ich die mal. Aber wie es wird, da gibt es ja eine neue Blume. Warum warte ich auf die Plattform? Ich muss da hinten zum Schalter hin. Das kriege ich auch mit Weitspringen hin. So. Und zack. Alles vereist. Nun können wir hier auch uns nochmal ein bisschen umgucken. Ja, vorher alle Wolken mal loswerden, damit ich ruhig mal ein bisschen hier lang schüttern kann. Hier gibt es ja zum Beispiel auch einen Maxipilz, an dem man nur rankommt, wenn Eis vorhanden ist. Beziehungsweise halt auch wenn Lava, aber dann, naja, kann man den auch ganz schnell wieder verlieren, weil man muss dann dafür in die Lava rein. Ah, passt? Nein, passt nicht. Hallo. Bisschen spüre ich zu timen, gerade wenn man so wegschlittert, dann ist man mindestens so schnell wie die anderen, oder manchmal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller. So, ich brauche jetzt mal eine Münze. Hallo, Münze. Danke sehr. Nun geht es da hinten weiter. Ich möchte aber vorher in die Röhre mal reingucken, ob da irgendwas ist. Nein, 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 nein. Uh, das war knapp. Das war knapp. Ach, du schon wieder. Du schon wieder. Um den kümmern wir uns noch, nachdem wir die Aufgabe beendet haben. Das heißt, ich komme hier nochmal hin. Und das ist die Aufgabe, die wir schon mal hatten. Nur jetzt um einiges schwieriger. Oh, Mann. Es wurde ja auch gesagt worden, Luba, dass es jetzt schwieriger wird insgesamt. Daher kann man hier auch schwierige Aufgaben erwarten. Und ich freue mich da schon drauf nicht. So wirklich. Eher weniger. Okay, springen wir mal weiter. Vielleicht ist hier auch irgendwo die Kometenmünze an. Die denke ich zum Beispiel gerade auch noch gar nicht. Oh, ich muss da mit. Ich muss da mit. Man darf sich hier nicht so viel Zeit lassen. Okay, was ist hier? Da kann ich die Kiste oder die Schatztruhe öffnen. Hallo. So. Bonapar gut. Hui. Dein ist die Kometenmünze. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Dann nehme ich gleich mal diese Plattform. Gehe mit der nächsten weiter. Mit der hier. Du warte auf eine weitere Plattform. Plattform, Plattform. Da. Nein. Alles böse. Wo waren jetzt die Kometenmünze? Die muss doch. Da ist er. Da ist er. Das heißt, ich muss mit dieser Plattform mitgehen. Mitfahren. Ja, wie auch immer. Okay. Nein. Kein Rückwärtsseite. Ich wollte Weitsprung machen. Ähm. Hier geht's weiter. Ich glaube, da hinten ist nur ein One-Up. Also von daher hat nichts Wichtiges. So, dann geht's hier durch. Nächste Passage. Lava und Eis wieder vereint. Ah ja, genau. Hier kommen Mitteriten runter. Und die lassen das Eis zum Schmelzen bringen. Aber das sonst weiter nichts hier schmilzt. Ja gut, Mario-Logik. Mario-Logik. Hätten wir hier noch die Blume von Anfang an? Dann hätte man da das One-Up holen können. Brauch ich jetzt nicht. Oh, hier gibt's noch mal einen Maxi-Pilz. Interessant. Gut. Füllen meine... Werden meine Leben wieder aufgefüllt. Okay. Ich muss manchmal das Skilaufen so ein bisschen abbrechen. Okay. Diese Viecher. Milone zurückschleudern bewirkt, dass ich die besiegen kann. Das System kennt man schon aus dem ersten Teil. Hier, hier. Stört mich so ein bisschen. Zack. Habe ich dich? Habe ich dich? Und dich krieg ich auch. Ah. Nicht hier runter. Nicht hier runter. Uiuiui. Gut, haben wir geschafft. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Noch nicht ganz am Ende. Jetzt das... Andersherum hier. Dieses Mal kommen keine Meteoriten runter, sondern Eishapfen oder irgendwie sowas. Und weiter geht es. Wir könnten uns nochmal ein Maxi-Pilz holen, aber dieses Mal brauchen wir jetzt keinen. Ganz bekanntes raus mit seinem Streitwagen und her. Pass auf, dass er dich nicht mit seinen Glutbocken trifft. Ja, ein neuer Bossgegner. Dann bin ich hierauf mal gespannt, wie der so wird. Hallo. Der sieht ein bisschen wütend aus. Wir sind sehr wütend. So, rutschen wir mal ein bisschen hierher rum. Das ist ganz gut so. Ah, und manchmal werden diese Melonen da gedroppt. Die kleine konnte ich da jetzt nicht nehmen. Aber hier... Ah, shit. Shit. Da muss ich mal ein bisschen besser reagieren. Jetzt sollte gleich eine kommen. Genau. Und zack. Habe ich dich. Wunderbar. Wow. Uiuiuiui. Du musst hier auf vieles gleichzeitig achten. Das wird halt dementsprechend wütender. Noch keine Melonen droppt der. Jetzt aber. Habe ich dich. Sehr schön. Das ist Nummer zwei. Ich weiß nicht von wie vielen, aber könnte schon der letzte Hit werden oder der vorletzte. Das ist eine Sparte. Ja, dementsprechend mehr Feuerbälle. Oh, jetzt kommen welche von oben. Aber auch Melonen. Wo kommen die Melonen runter? Da. Da. Ah, warte, warte, warte. Ja, habe ich noch bekommen. Nice. Besiegt. Sehr gut. Ja, jetzt wird es aber schwierig bei dem Affen. Jetzt wird es schwierig beim Affen. Das ist keine leichte Aufgabe. Überhaupt nicht. Und da wurde ja auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass sich der eine, der sich auf die Aufgaben mit den Affen freut. Ich glaube, das war der Johannes. Ja. Beim ersten Mal, beim ersten Affen hatten wir ja beim Fürst 3 das geschafft. Da war ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Aber ja, ich denke mal, jetzt wäre ich es nicht beim Fürst 3 schaffen. Ein neuer Komet. Ah, in der Galaxie zuvor. Geil. So, dann mal gucken. Ein neuer Brief. Für Baby-Numa. Ja, also, wieder von Rosalina. Wir kennen den Text schon. Daher, gleich mal überspringen. 50 Sternteile. Danke sehr. Können wir gut gebrauchen. Da wir gerade erst welche ausgegeben haben. Und weiter geht es. Wollen wir Welt 5 noch weitermachen? Hier zum Beispiel. Ach, da gibt es auch keinen zweiten Stern. Verstehe. Das heißt, wir können die Galaxie gleich beenden. Ja, und wir sehen uns beim Affen wieder. So, let's go. Da bin ich. Hallo, du. Du änderst dich doch an mich, nicht wahr? Wie wäre es mit einem Eislaufspiel? Triff so viele Boys? Möglich. Nimm dich aber vor den Dorni in der Nacht. Und wenn du 600 Punkte oder mehr erreichst, gebe ich dir diesen Stern. 600 Punkte, okay. Das ist die Vorgabe. Wie gesagt, dieses Mal schwieriger. Let's go. So, wird er erst in der Mitte erscheinen? Ja, wird er. Dann unten. Verstehe. Dann hier. Zack, zack. Der Golde. Bloß dich treffen lassen von diesen Dornien. Ja. Und dann den da oben jetzt hier noch. Bis jetzt läuft es ganz gut. Natürlich glaube ich nicht, dass ich es beim ersten Versuch schaffe, aber wäre natürlich mir ja nice. Weil bis jetzt läuft es wohl noch ganz gut. So, dann nehmen wir hier die hier mit. Ah, shit. Da habe ich den einen jetzt hier nicht bekommen, aber dafür kriege ich die meisten hiervon. Komm, komm, komm. Ich brauche jetzt Golde. Ich brauche jetzt Golde. Ach, komm, nimm den ein. Nimm den ein mit. Nein, nein, nein. Shit. Ah, 60 Punkte fehlen. Nein, das ist wirklich knackig. Das ist wirklich knackig. Zeitlich habe ich gedacht, dass wir das eventuell hinkriegen, aber nee, hat dann doch nicht funktioniert. Gerade am Ende habe ich das verhauen. Ich hätte es wirklich hinkriegen können. Oh, dann hier unten. Lieber immer häufiger mal schütteln, weil dann dadurch kriegen wir einen kleinen Boost, den wir jetzt sehr, sehr gut gebrauchen können. Ja, mein Gott, Mario, das gerade gemacht. So, sich umgedreht, so plötzlich. Die Goldenen sind natürlich extrem wichtig. Ja, nice. Ja, gut, da kriege ich jetzt nicht alle. Darf ich den Goldenen jetzt bekommen? Immerhin. Beim zweiten Versuch. Nice. Komm, noch ein paar Punkte. 680. Zweiter Versuch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es doch so schnell hinkriege. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Wow. Nice. So. Wir werden heute keine weitere Galaxie mehr anfangen. Wir werden am nächsten Mal eine neue Galaxie anfangen. Denn wir werden uns jetzt um ein paar Kometen kümmern noch. Ich denke mal, es ist noch ganz gut. Das ist auch noch ganz gut in die Zeit, Rina einpasst. Zehn Minuten haben wir noch circa. Und ja, im nächsten Part werden wir noch ein paar Galaxien machen. Da gibt es ja auch noch mal ein paar schöne, zum Beispiel die Geistergalaxie. Ich denke mal, die kommt dann im nächsten Part dran. Plus nochmal irgendwie eine weitere. Mal sehen, wie viele Kometen wir jetzt in der Schatten. Es kommt auch noch ein weiterer Kometen. Oh, ganz weit vorne noch. Oder was heißt ganz weit vorne? Na, so weit vorne ist das gar nicht, glaube ich. Ja gut. Dann ab aufs Steuerpult. Gucken wir mal, dass wir vielleicht mal ein bisschen weiter nach vorne hingehen. Da sind wir durch. Ja genau, hier in Welt 3 gibt es dementsprechend jetzt noch ein Komet. Und zwar hier hinten, in dieser Tic-Tac-Galaxie. Okay, da muss man am Ende, glaube ich, Silbersterne sammeln. Und was ist jetzt gefragt? Kometen Alarm, ja, das ist ja klar. Schneller, Tic, 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 Silbersterne. Also wieder Silbersterne, nur irgendwie schneller. Auch mit Zeitlimit? Ui, also, ja, es wechselt sehr, sehr schnell. Das wechselt wirklich sehr, sehr schnell. Zeitlimit scheint nicht zu sein. Ja gut, dann kann man das ja in Ruhe angehen. Nee, Zeitlimit gibt es nicht. Ein Glück. Was noch fies wäre, wenn noch Schatten Marius dazukommen. Aber ich hoffe mal nicht. Aber es gibt auch Checkpoints. Ui. Immer schön hier in der Mitte. Hier mache ich die bei Rückwärtsseite. Also es ist doch mal dieselbe Aufgabe, nur jetzt halt. Und schnell darauf vor. Yoshi? 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 Okay. Gab es den hier im Original? Oh, also in der originalen Aufgabe. Wenn er, dann habe ich ihn nicht gesehen. Ja, mit Yoshi ist es halt auch nochmal ein bisschen einfacher. Aber gut, so einfach wird es jetzt hier auch nicht, weil guckt euch das hier mal an. Timing muss sitzen. Timing muss sitzen. Ihr merkt, ich bin jetzt auch ein bisschen ruhiger. Weil ich so konzentriert bin. Und hier gibt es wieder Yoshi. Okay. So, jetzt darf ich das hier nicht fahren. Da oben ist nämlich das Ziel. Äh, nicht Ziel, sondern erstmal ein Checkpoint. So, mit Yoshi hoch. Passt. Sehr gut. Ah, habe ich nicht mitgerechnet, dass jetzt hier Yoshi dran kommt. Nein, nein, nein. Shit, fail. Fail, fail, fail. Ich versuche es jetzt auch mal ohne Yoshi, weil ich habe jetzt keine Lust darunter. Oder gibt es hier direkt Yoshi? Nee, hier gibt es nur Sternteil. Ich versuche es jetzt mal ohne Yoshi. Hier kann man dann halt ab und zu noch mal ein paar Weitsprünge machen und das kann man jetzt mit Yoshi nicht. So, zack. Ein bisschen schütteln, das ist auch nicht verkehrt. Gibt es hier? Nein, da gibt es keinen. Nee. Gibt es keine Silbersterne. Ich versuche mal jetzt was Gewagtes. Ich gehe mal weiter nach vorne. Genau. Ja, nice. Ohne irgendwie eine Plattform zu betätigen, weil kann ich von hier aus dann diesen Silberstern holen. Ah, das war nichts. Das war nichts. Ja, mein. Jetzt. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Okay, gut. Silberstern Nummer 2 gehört mir. Da hinten ist einer, glaube ich. Ja, genau. Da ist einer. Wo sind die anderen beiden? Da ist noch einer. Viel trotz noch. Eins. Also, ich habe ja schon zwei Stunden. Dann kümmern wir uns erstmal um den da. Aber ich kann da kaum was erkennen. Mach mal so, weil da komme ich hier hin. Genau. Dann ist es besser. So, Nummer 3 habe ich. Sehr schön. Nun kümmerere ich mich um Nummer 4. Sehr. Nummer 4 habe ich. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich irgendwie wieder nach oben kommen. Ich mache wieder mit einem gewagten Sprung. Genau. Passt. Dann kann ich von hier aus mit einem Weitsprung arbeiten. Wow. Ja, aber man muss sich halt irgendwie zu helfen wissen, wenn man die Plattform nicht so wirklich verwenden will. Jetzt muss ich wieder nach oben. Ernsthaft? Ernsthaft, da war ich noch gerade. Aber es steht still. Na, oh nein. Dann haben wir es hinbekommen. Und hier haben wir nicht gefällt. Nur da vorne einmal. Also von daher, ich bin damit ganz zufrieden, dass wir das jetzt hier so gut geschafft haben. Zeit für einen weiteren Kometen. In der nächsten Galaxie. In Welt 4 dann dementsprechend. Welt 3 ist abgeschlossen. Ist auch sehr, sehr gut. Stern Nummer 74. Uiuiuiui. Es kommt noch ein weiterer Komet. Ach, in der Galaxie. Ja, gut. Die haben ja heute erst mal gemacht. Von daher, den Kometen holen wir um wann dann. Es gibt ja bestimmt noch Kometen in der nächsten Galaxie. Gehen wir mal zur Weltenkarte. Hier, genau. Da gibt es noch wirklich zwei Kometen. Einerseits hier in der Glitzerstrandgalaxie. Das war ja die schöne Galaxie, die so viel Spaß gemacht hat. Und da gibt es jetzt noch einen Kometen-Alarm. Ah, Moment mal. Doch, doch. Das ist nicht das. Es ist lila Münzen. Ich gucke mir das mal kurz an. Okay, es ist irgendwas auf Zeit. Genau. Ich dachte, die lila Münzen sind in der gesamten Galaxie verteilt. Und dass das wirklich eine Weile dauert, die alle einzusammeln. Aber nee. Es ist jetzt auch Zeit. Sammler 100. Und das sind wohl mehr verfügbar. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal, dass wir... Weil alle hier zu treffen, das ist nicht gerade einfach. Nee, man kann ja nicht alle treffen. Weil die Aufgaben vermisse ich aus dem ersten Teil, dass man einfach wirklich nur die Galaxie hat und irgendwie Münzen versteckt hat. Also nicht versteckt, sondern einfach 100 Münzen in der gesamten Galaxie verteilt hat. Man muss halt alle einsammeln. Und somit hat man nochmal einen Faktor, dass man die Galaxie schön erkundet. Und man kann sich da ein bisschen Zeit lassen. Das gab es im ersten Teil häufiger. Hier nicht. Hier bisher noch gar nicht. Ich glaube, es gibt es generell auch hier nicht mehr. Schade drum. Aber gut. Ja. An sich haben wir noch... Wisst ihr was? Wir haben jetzt die Glitzer-Strand-Galaxie immer. Jetzt machen wir auch die Ketten-Fabrik. Weil die Galaxien habe ich ja schon generell immer in ein Part reingemacht. Also den ersten Stern beider Galaxien in einem Part. Den zweiten Stern beider Galaxien in einem Part. Dann will ich auch die Kometen in einem Part haben. Genau. Schattenmarius in der Goldhundschmiede. Aha. Aha. Das da. Das war ja eigentlich nicht schwer. Jetzt mit Schattenmarius. Ja, mal gucken. Mal gucken. Haben wir ein Zeitlimit? Und ein Zeitlimit geht das ja. Rüchi steht da. Rüchi, willst du das nochmal übernehmen? Ja, komm. Dann hier. Wenn du schon hier bist, dann kannst du das auch nochmal übernehmen. Yeah. So. Lass mir hier alle Sternteile mal einsammeln. Die hier so ein bisschen herumliegen. Will ich halt da alles haben. Okay. Ja, gut. Das macht hier nichts. Das zeigt mir ja nur an, dass ich das machen kann hier. Okay. Mit Schattenmarius. Das wird doch schon ein bisschen schwierig. Als erstes die Gegner eliminieren. So. Nein. Da hat mich ein Schatten Luigi getroffen. Aber ich muss mit denen da gerade die Wege kreuzen. Das ist nicht gerade einfach. Obwohl, die müssen nicht unbedingt besiegt werden. Weil der Kettenhund kann ja auch den Rest machen. Oh, jetzt muss ich hier. Zeit schon. Zeit schon. Zeit schon. Oh, 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 oh. Und weg hier. Ich muss dafür jetzt noch kurz in die Lava. Da blieb mir nichts anderes übrig. Oh nein. 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 Okay, gut. Gut, gut, gut. Dann jetzt hier. Immer nur ein Stückchen gehen. Ich kann ja jetzt nicht auf den Scheitertag kämpfen. Das geht ja nicht. Das kann ich ja nicht machen. Okay. Das läuft. Das läuft. Oh. Uiuiui. Nein. Nein. Bleib um. Bleib um. Ui. 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 Gut, dann haben wir es in diesem Part alles erfolgreich hinbekommen. Erfolgreich hat so manches, als ich gedacht habe. Zum Beispiel, wie gesagt, der Affe. Ich habe nicht gedacht, um Second Try. Das war dann jetzt auch in der Kettenfabrik. Hat mich am Anfang auch vielleicht gedacht, wir haben ja ein bisschen Fällen. Aber nee, nee. Finde ich gut. Finde ich gut. So, Luigi. Yo. Wir wissen, dass du darauf brennst. Wir sehen uns. Und, liebe Zuschauer, wir sehen uns auch im nächsten Part wieder. Bis dahin. Euch schon einen schönen Tag. Und, bye-bye.